Willkommen zurück Extermination Day. Nein brauchen wir nicht. Das hatte ich nur gerade Soundcheck. Ist auch egal. Wir brauchen das hier. Meine ganzen Kabel ist runterrücken. Jetzt habe ich hier drei Kabel, die an meinem Körper runtergehen. Einmal vom linken Kopfhörer, also Kopfhörermuschel, von der rechten Kopfhörermuschel und vom Mikrofon. Ja, das ist ja, ich bin da total vernetzt. Und die Map, hoffentlich wird es nicht wieder so schlimm wie damals mit Doom for Doom. Aber wenn ich so an dieses Tunnel-Level denke, wo so ein Tunnel waren, wird man da gemerkt, es ist 1 zu 1 das Gleiche. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie wir hier bei Doom for Doom vorgegangen sind. Da hat man eine Trick gefunden. Ah, super. Das wird mal kommen. Ich würde es mal umbringen. Spannende Musik gut okay dann müssen noch einer sein was natürlich scheiße jetzt hier mit ihn hit one arm oh mein gotter weiter ist er hier Achtung! 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 Ist das behindert, Alter! Von mir kann ich nicht mehr liegen, wo die überhaupt sind! Achtung! 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 Man sieht hier einen Scheiß! Sieht man hier! So! Hä? Was ist jetzt? Ah doch! Okay! Ich hasse es hinzuspielen! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Oha! ja gut oh fuck ok ich kann mich nur echt bloß daran da noch orientieren wo die schüsse herkommen ob wir versuchen daran herauszufinden wo die fischer sind oder zumindest in die gleiche richtung zu schießen da hinten ist eine spinne gut und wettbewerb komme ich mich zuerst am besten hier rum ach so hier war ja die eine falle ne ich weiß gerade nicht von welcher falle ich rede so dankeschön gut ah sehr lieb gut brauche ich aber gerade noch nicht wow gut Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ich habe ihn noch Ja, ich muss hier ein bisschen ruhiger sein, weil ich muss mich hier wirklich komplett auf mein Gehör konzentrieren. Wow. Okay. Oh, scheiße. Wer ist denn hier? Ich höre mal irgendeinen. Ah! Gaddafi. Übrigens, ich kann es hier wirklich nicht zielen, aber ich gehe da oben rechts aus. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Ich kann nicht nah genug rangehen auf das Ziel. Okay. Ich hoffe, das hat gesessen. Oh, fuck. Ja, der hat gesessen. Perfekt. Gut. Die sind also schon mal weg. Achso, noch nachladen hier? Achso, hab ich schon. Dankeschön. Dankeschön. So. So. Als allererst, äh, am allermeisten, naja, die hat ein Kabel hier eh. So, am allermeisten geht in dieser Hit-Wonder da auf uns. Ich sehe aber noch nicht genau von wo er schießt. Aha. Okay, jetzt hab ich ihn. Ah ja, jetzt hab ich ihn. Oha. Alter, ich hab die Impfung, ich hab die Impfung noch nicht erledigt. Einfach wie im Krieg, einfach wild ins Gebüsch feuern. Hau. War das das? Habe ich's getroffen? Ich glaube das war's. Ey, lol. Und das ist auch schon ein Nix. Da hinten ist okay. Oh, fuck, die Spinne. Boah, Alter. Hehehe. Boah, Alter. Boah, jetzt versuchen beide Schafe, die Dinger. Äh, Alter, ihr Schweine, ihr Schafe. Verkackte Kacke, das sind, äh, 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 wie heißen die denn jetzt nochmal? Äh. Äh. Fuck. Gut, vielleicht komme ich bei der Spinne von der anderen Seite raus ran. Boah, was ist denn hier los? So. Gut, ich versuche mal jetzt von der anderen Seite ranzukommen. Vielleicht macht das bei der Spinne tatsächlich Sinn, weil ich kann es von hier aus absolut nicht anvisieren. So, da muss ich lang für die Spinne. Nein, ich brauche dich. Na komm, danke. Oh, da sind mehrere. Das Schöne ist, wenn man die selber trifft, hören wir mal auf zu schießen. Erstens ist das ein schöner Indikator, dafür, dass man die getroffen hat. Und zweitens hat man dadurch eine Verschnaufpause zum Ausweichen. Das ist schon, habe ich das beide getroffen, oder was? Oh. Da sind ja noch ein paar Viecher. Wir haben uns hier echt relativ tapfer geschlagen, das muss ich schon sagen. Also, entweder täusche ich mich, täusche ich mich gerade, oder wir haben hier echt aufgeräumt. Hat hier mal einer festhängt, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich selber auch hänge. Oh. Gut, den behalten wir mal. Und du, mein lieber Freund. Kriegst Gesellschaft von meiner Kugel. Von meinen Kugeln, waren ja zwei. Wegen doppelöffel Schrot und so. So, dich brauche ich noch nicht. Was war denn das für ein Lieb? Lol. Hä? Wollen wir mal was? Dekoration Invents. Ah. Die Schädel sind mir freundlich gesonnen. Ist ja nett. Ist ja sehr nett. So. Okay. Jetzt haben wir hier schon mal aufgeräumt. Jetzt gucken wir mal, wo wir eigentlich hin müssen. Ich habe nämlich aufgeräumt. Keine Ahnung. Wo ist jetzt unser Ausgangspunkt? Der ist hier. Gut. Wir haben gar nichts. Das heißt also, wir brauchen erstmal einen blauen Schlüssel hierfür. Wir gehen einfach mal nach links und gucken mal, wo wir scheiße. Wir gehen also einfach mal nach links und gucken mal, wo wir scheiße. Wo bin ich jetzt gelandet? Ähm. Sag bloß, ich habe jetzt die ganz genau umgebracht, ohne danach zu speichern. Fuck. Gut, die sind alle weg. Okay. Gut, gehen wir hier lang. Bei dem anderen nehme ich immer die ganzen Schrottinger damit. Warum bist du nicht frisch hier? Wow. Dich nehme ich gerne mit. Gehe ich auch. Wow, was hat das gerade? Der Stock hat immer so zwischenzeitlich immer so ganz bisschen so, so wie er mir sagen möchte. Achtung, jetzt kommt ich was. Bitte zieh die Mütze auf. Okay. Also wieder einmal Standardwache. Speicher mal ganz kurz und gucken, wo wir eigentlich sind. So, wir wollten uns links halten. Oh, wir sind voll. Das heißt hier. Renten ist doch schon einer. Habe ich gesehen. Hier hinten war alles ruhig jetzt, ne? Ja. Gut, okay. Dann betrachte ich den Ort mal als gesichert und sichere jetzt mal den nächsten Ort. Ach, das war der Ort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war hier mit der Hölle, wo wir erst reinrennen müssen, denn die Dinger da holen müssen und dann wieder rausrennen müssen. Das Problem ist nur so ein, so ein, äh, Kamikaze, Job geht mir gut zu tun, nicht, weil wir hier keine Sachen aufbremden. Ah, erledigt die hätte schon. Wow, bitte nicht mich. Das war gesund. Gut, den erledige ich mal hier mit. Na, komm her. So, wo gehst du jetzt? Der hängt da fest irgendwo. Äh, das war, glaube ich, bei Doom for Doom genauso. Oh, da ist noch einer. Bei Doom for Doom war hier, glaube ich, auch einer, der sich hier aufgehangen hat. Wow. Genau das wollte ich. So, wir brauchen jetzt erstmal, wow. Die blaue Schlüsselkarte und zum Beispiel, die haben, müssen wir ganz schnell rausrennen. Weil der kommt nämlich mit, weil dann kommt nämlich mit einmal 250.000 Gegner. Ach, die kommt schon, wenn ich in den Raum, den Raum betrete. Äh. Der ist Bullshit. Brennt. Ich bin die Garant und habe gefunden, Entschuld. Na, pack, pack. Nein, nein. Ach man, ey, das wird doch nichts. Also, kannst du in den Raum rennen und dann gleich rausrennen. Ah, wow, wow. Alter, das wird doch nichts hier. Wie kann man sich beim Rostrennen so oft festhängen? Gut, gute Technik, du bist durchs Fenster springen, geht immer noch. Das freut dich mir sehr. Gut. Das freut dich. das ist ich bin ich bin der 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 Halleluja! Nein! Schlell! Dankeschön! Ich brauche ein Doktor! So! Noch irgendwelches unscheinwilliges zu finden? Ach du Kacke! Ja, der geht immer zurück hier! Gute alte Schule! Oh, Alter! Wo kommst du denn her? Also ich habe noch 16% Leben! Das ist nicht sehr viel! Wenn ich das mal so in der Skala von 1 bis 16 betiteln darf... Der 16 ungefähr bei der 16! Oh, wir haben noch 20! Warum das denn? Oh! 5 Punkte für gute Führung! Oh, Alter! Wie viele Kaku-Demon! Oh, Alter! Wie viele Kaku-Demon! Das ist aber nett! Ah! Bleib mich vom Leib, Junge! Bleib mich vom Leib! So! Dann wollen wir mal schnell den Shotgunner abschotten! Mittlerweile ist es jetzt sogar wieder relativ ruhig! Ich hoffe, das täuscht nicht! Denn es gibt nicht Rüstung! Das ist sehr deliziös! Und wie das getäuscht hat! Fuck! Auch drei Leben! Ich sehe nichts mehr! Da! Kommt sie, Papi? Ach du Kacke! Oh, Alter! Ja! Hat nicht funktioniert! Ich dachte, es ist ja wirklich ein Komplett! Digga! Wie fühlt denn diese Fische aus? Das ist ja mehr als gesundes! Wo sind der da? Ich habe eine Spinne! Ich will keine Spinne hören! Die machen es schon gewöhnlich! Aber wir haben noch 3% Leben! Leute! Ernsthaft! Oh! Ich reagiere! Wir haben 3% Leben! Mag ich doch! Falsche Waffe dafür! Die brauchen wir dafür! Wo ist denn der jetzt? Da! Was? Oh! Ich bin in der Falle gestolpert! Okay! Von wo kommt denn der Typ? Ach, Wunder! Arschloch! 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 Alle weg! So, hier drin ist schon mal Half! Das gefällt mir! Davon ist auch Half! Dann klauen wir uns die ganze Scheiße mal! Und sogar viermal! Und ist ja nett! Hätte ich gar nicht rausgemusst in das Boot! Hätte ich nicht! Ist auch nochmal! Okay! Hä? Zugegeben, das gefällt mir! So! War doch grad noch was! Ach da! An Raketen haben wir ganz schön Defizit, oder? Oh! Nö! Jetzt nicht mehr! Also wir hatten! So! Hier war nichts mehr! Dann würde ich jetzt einfach mal... Dass man diese Dinger nicht mitnehmen kann! Hier diese... Diese... Diese Handgranaten! Wobei wir haben schon... Wir haben schon 20! Ne, aber ähm... Auch wenn man... Hä? Ich versuch grad die Handgranaten auszuwählen! Aber die kann man gar nicht mehr durch... Per durch scrollen auswählen! Ach doch! Jetzt! Ja hier! Äh... Wir haben praktisch voll! Aber selbst wenn man nicht voll ist, kann man die die rumliegen nicht aufnehmen! Das finde ich ein bisschen blöd! Ganz ehrlich! Hätte man ruhig ein bisschen anders lösen können! Weil so Munition kann man ja auch aufnehmen, ne? Aber die Handgranaten... Äh... Entweder sind die halt speziell programmiert... Dass sie halt nicht in die normale API passen! Und deswegen... Die man praktisch einfach nur als... Ähm... Na wie sagt man? Äh... Als Dekorationselement programmiert sind! Halt also man keine Interaktion mit denen durchführen kann! Zum Beispiel halt aufnehmen! Ist ja eine Interaktion für das Spiel! Äh... Und dementsprechend... Ja! Finde ich persönlich schade! Aber gut! Ist halt so! Ist halt so! Ist halt so! Okay! Genug technisches Geschwaffe! Wir müssen zurück... Zurück nach Hogwarts! Da ging es weiter! Aber wir haben immer noch keine blaue Karte bekommen, oder? Doch! Haben wir doch! Ach! Da war das Brudel Doom, wo das mit der Anzeige nicht funktioniert hat! Okay! Wir haben also den... Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da! Da müssen wir hin! So! Hier! Und dann nach links! Munition haben wir soweit, ne? Ja genau! Achso! Netto! Achso! War ja auch eine Falle! Sobald wir da reingekommen sind auch wieder Gegner! Da riecht Bullshit! Da riecht Bullshit! Da riecht der voller Bullshit! Und? Hä? Ah doch sag ich doch! Da kommen Gegner! Soll ich grad sagen! Alles andere wäre doch langweilig gewesen! Oh! Hier brennt der Baum! Oh! Hier brennt der Baum! Oh! Ah! Da haben wir jetzt echt nur einen einziger Gegner?! So, so kommen wir alle schon! Wir müssen jetzt mal ganz kurz speichern! Drei Spinnen haben wir erledigt. Das passiert so schnell nie wieder. Oh, Scheiße. Oh, Alter. Von wo? Ach da. Oh Mann, ey. Die schöne Rüstung ist gleich wieder weg. Da gibt's doch gar nicht. Da darf noch eine Spinnen. Wow. Wow. Oh Mann, Alter. Wow. Rückzug. Meine Kameraden. Komm, rühren wir nicht auf. So. Ah. Fuck, der letzte war für viel. So, ich würde jetzt aber schon gerne, wo die Spinne ist. Oh, zum geil ist die Spinne, weil ich will nicht, dass die uns von hinten erwischt. Also, irgendwie überrascht oder sowas, weil, wie gesagt, die verschießt Plasma, und Plasma ist nicht gerade sehr kinderfreundlich, habe ich gehört. Je nach Implementierung, wird das nämlich ganz schön heiß. Das wollte ich hier noch irgendwie so ein bisschen, äh, Shell-Pack. Nein, ne? Gut. Hör mal, ich bin mir ganz sicher, dass hier noch eine Spinne war. Oder haben sie sich hier schon wieder gegenseitig umgebracht. Ich erkläre mal kurz den Berg hier. Sieht schon arschgeil aus. Das sieht echt geil aus mit dem Hümmel, ganz ehrlich. Also, gerade so, weil wir jetzt auch in der Richtung stehen, von der praktisch das Bild reinscrollt, so würde es nicht mal so geil aussehen. Na, wobei geht eigentlich. Und so, äh, nee, so sieht es am besten aus. Wenn er mir praktisch ins Bild reinkommt, das sieht schon arschgeil aus, ganz ehrlich. Ich frage mich sowieso, wie tut das hier nicht hier eine normale Skybox mit einer normalen animierten Textur? Weil bei, ähm, Dings, der Bomster, Dings, Dings, Bums, Bums, ähm, Rings, da hinten müssen wir hin. Äh, ähm, Doom Slayer Chronologues. Da sind es ja wirklich mehrere Texturen, die übereinander scrollen, sodass man dann wirklich diese, äh, verschiedene Wolkenschichten hat, die sich in verschiedenen Tempos bewegen. Und das sieht echt ultra geil aus. Da kann man mir sagen, was man will. Das sieht einfach arschgeil aus. Gut, ich nehme jetzt doch die hier, weil von der weiß ich, dass wir hier nur über Munition rumliegen haben. Oder natürlich nicht, oder auch nicht. Ich hab Frauen und Kinder, tötet die. Wow. Ich sag dir grad was. Die haben einen Begleitung gebracht. Die Schweine. Er war noch so jung, um zu alt zu sterben. So, die gelbe Karte haben wir ja. Ah. Manche Fallen vergisst man nie. Alter. Werdet ihr euch mal einig hier? Wow. Fuck. Geh raus hier. Nein. Du musst doch rausgehen. Ah. Auch nö. Das hab ich natürlich gar nicht gespeichert. Das ist ja mal richtig bescheuert. Ganz ehrlich. Ah. So. Das hätten wir. Das speichern hier. Auf den Schießen die eigentlich. Ich bin noch gar nicht in ihrem Sichtfeld. Warte mal, die sich hat schon wieder geändert. Das hat sich platt. Fotze. Männliche Fotze. Oh. 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 Das waren ja pro Ecke zwei Leute, die hier immer rumstehen. Zwei fühlen noch. Da hinten müssen noch jeweils zwei sein. Also jeweils einer. Insgesamt also zwei. Hä? Da hinten nicht. Okay. Ja, nee. Das ist keiner mehr. Komm mal rein hier. Hä? Was? Man kann da nicht rein? Oh, lol. Alter, ist das unfair. Ist das behindert. Na gut. Draufgeschissen. Hier gibt's Rüstung. Die nehmen wir uns mal auf. Weil ich weiß nicht, ob wir hier nochmal an Rüstung kommen. So, die Tür muss man damagen. Sag ich doch. Scheiß Tür, du. Ach, Megasphäre. Okay. Der Braum war das doch nicht. Kann ich doch die hin mitnehmen? Oh, oh nein. Nein. Ich wünschte, ich hätte die Gegner noch nicht gesehen. Ich wünschte, ich hätte ihn noch nicht gesehen. Guckt euch diese Fratze an. Wie die Fratze fratzen kann. Was? Ich hab so was von kein Bock auf ihn. Boah, Alter. Ich hab so was von kein Bock auf ihn. Nein. Oh, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich war so gut im Lauf. Ich war so gut im Lauf. Wie eine fucking Sniperkugel. Na los. Da. Und jetzt rennt. Vor allem die machen immer so ein scheiß Flash Damage. Mit ihren fucking Raketen ähnlichen Korpse. Weil so, warum man das darstellen soll. Ah, Alter. Kannst du das einfach mal sterben hier? Hallo? Leute. Wer erfindet solche Monster? So geht das. So einfach können Monster sein. Dankeschön. Nee, dich nehme ich erst zum Schluss. Ganz zum Schluss. Wenn alles bereits tot ist. Vorbei ist. Oh. Was? Scheiß Lost Souls. Na komm her. Fuck you, deine Mother. Wo ist die Spinne? Die spinnt ja wohl rum. Oh. Ich will, ach du Scheiß, wir haben noch 7% Leben. Und da vorne. Äh, nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Fuck you. Oh, nö, wir haben nicht gespeichert. Ach, Mann, ey. Wow. Naja, das gibt's doch gar nicht. Okay, neue Strategie. Erstmal alle Gegner anlocken. Und jetzt, äh, Einzelabfertigung. Oh, alter, trifft noch mal. Das macht doch überhaupt kein Genier. Mit den, ach so. Warum treffe ich diese Viecher jetzt nicht mehr? Geht doch. Leute, was ist denn hier ab und zu mit den Waffen los? Mal reicht einherziger Schuss und ab und zu brauche ich einfach mal drei Schüsse. Das kann ja nicht mehr normal sein. Und ich muss aufpassen, weil hinter mir diese Fallgrube ist. Perfekt. So, gleich mal speichern hier. So muss es sein. So muss es laufen. Perfekt. Gott, wenn's doch nur immer so schön wäre. So, eigentlich müsste jetzt was hier reichen. Ich spreche mal vorher. Hä? Okay. Mal geht das nur bei, 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 was auch immer. Na gut. Also doch, dass ich. Alter, brauche ich auch wieder mehrere. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wieso brauche ich mit? Das doch. Nee, Leute. So geht das. Alle weg. Alle weg. Dankeschön. Eine Rakete fehlt uns noch. Wahrscheinlich die, die ich aus Versehen abgefeuert habe. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt können wir speichern und ich suche, während der da runter geht, erstmal die gesamte Map nach Munition wieder ab. Achso, die hat man bald aufgesammelt. Na super. Das ist immer das Problem, wenn man zum Speicherpunkt zurückgesetzt wird. Man weiß denn gar nicht, was man überhaupt schon alles hatte. Ach, Mann, ist das scheiße. Meine schöne Megafier. Wo bin ich jetzt? Am Arsch bin ich. Ja, komm hoch. Bewegt deinen Arsch. Fallen mit Leuten irgendwo noch wie ein Gegner rum. Ich wüsste gerne mal, wo die stecken. Egal, siehst du mir gehen jetzt zum Ausgangspunkt zurück. Da war ja Munition. Aber ich glaube, das ist komplett falsch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und wir brauchen echt dringend hier, äh, Shutgun-Shell. Achso, haben wir hier. Und die Master. Siehst du, sieht doch gut aus. Haben wir doch alles. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Nö. Alles voll. Okay. Das ging schneller als gedacht. Äh, na gut. Nicht drüber beschweren. Ich hatte nicht nachgeladen. Jetzt haben wir zwei Kugeln verschwendet. Und vor allem, wir haben, wir haben, wir sind selber jetzt nicht komplett voll, sondern nur halbvoll. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber gut. Man muss ja nur nicht pingelig sein. Von daher, würde ich mal sagen, können wir diese Map dankend beenden. Ähm, ja. So, das war's mit Level 22. Jetzt kommt der Level 23, wobei ich gar nicht mehr weiß, worum es da überhaupt ging. Äh, ja. Von daher, schau mit V. Tschau. Tschau. Tschau.